Ja, liebe Vinylfreude, noch Freunde, noch einmal herzlich willkommen zu den Analogtagen 2023 aus den Räumen der High-End Society in Wuppertal. Wie versprochen, noch mal ein kleines Video, eine kleine Produktvorstellung. Und zwar handelt es sich um einen Plattenspieler, den SL-1500C. Das Laufwerk ist im Großen und Ganzen bekannt und dennoch erreichen uns immer wieder viele Anfragen zu diesem Plattenspieler. Ja, erzählt uns doch mal, liebe Techniksleute, was kann der, wie ist der ausgestattet, für wen ist er gedacht, wie kann ich ihn am besten einsetzen? Viele Fragen, ich versuche die mal so in den nächsten Minuten einigermaßen zu beantworten. Zunächst einmal, warum gibt es diesen Plattenspieler? Bereits 2016, nachdem das G-Modell oder als limitierte Auflage GAE erschienen ist, kam die Anfrage von vielen, vielen Vinylfreunden, die gesagt haben, boah, 3.500 Euro für einen Plattenspieler ohne Tonabnehmer, unendlich viel Geld, passt nicht so in unsere Lebensplanung. Das hat die Marke natürlich sehr schnell aufgenommen und auch die Fachhändler haben relativ schnell reagiert und gesagt, Mensch, liebe Techniksleute, versuch doch mal ein preiswerteres Modell zu bauen. Vielleicht nicht unbedingt den untersten Einstieg, aber Einstieg sehr ambitioniert. Das wäre vielleicht die richtige Formulierung. So hat man sich dann hingesetzt in Japan, beziehungsweise die Ingenieure und haben einen Plattenspieler entwickelt, kreiert, der im Grunde genommen als, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, easy-to-use, Plug-and-Play-Variante dient. Easy-to-use, ein Plattenspieler, der in seiner Bedienung, wie eigentlich alle Techniklaufwerke, relativ einfach zu handhaben ist. Mit einem kleinen Unterschied, zu dem ich dann noch komme. Und Plug-and-Play, es ist der einzigste Plattenspieler, den wir als Techniks mit einem Tonabnehmer ausliefern. Und zwar liefern wir diesen Plattenspieler, Sie sehen es anhand des Charts, das ich Ihnen jetzt hier präsentiere. Genau, da ist es. Es ist ein Otophon 2M Red. Ein Tonabnehmer, der auch am Markt wohl bekannt und eigentlich auch sehr beliebt ist, sehr universell einsetzbar ist und für seine Preisklasse, was Tonalität, Homogenität und Dynamik anbelangt, Präsenz anbelangt, ein wirklich hochinteressanter Tonabnehmer. Und dieser Tonabnehmer wird eben mit diesem Plattenspieler, mit diesem Laufwerk ausgeliefert. Eine weitere Besonderheit, die an uns herangetragen worden ist und die wir sehr gerne umgesetzt haben, ist die Tatsache, dass dieser Plattenspieler bereits ausgestattet ist mit einem sogenannten Phono-Encerra oder eben teilt einfacher gesagt mit einer Phono-Vorstufe. Das heißt, wenn Sie jetzt ein AV-Produkt haben oder einen Vollverstärker, der keinen Phono-Eingang hat, der in der Lage ist, ein Moving Magnet oder ein Moving Coil-System zu transportieren, hier ist ein Vorverstärker eingebaut. Dieser Vorverstärker ist sowohl zuschaltbar als auch komplett abschaltbar, sollte ein Phono-Vorstärker im Haushalt vorhanden sein und er dient dazu, Moving Magnet-Tonabnehmer vorzuverstärken. Erstaunlicherweise, und das haben wir in sehr vielen Tests in den Fachzeitschriften, aber auch eben teils von vielen Endkonsumenten erfahren, ist das qualitativ ein recht hochwertiger Phono-Vorstärker, der durchaus die Nutzung eben dieses, eben diesen Phono-Vorstärkers auch rechtfertigt. Eine weitere Besonderheit, und das ist auch nur beim SL-1500C der Fall, es gibt einen sogenannten Autolift. Etwas, wo sich die japanischen Ingenieure anfangs sehr schwer mitgetan haben, weil eins ist klar, zusätzliche Mechanik, die auch noch mit beweglichen Bauelementen ausgestattet ist, neigt halt dazu, akustisch dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken. Und alles, was das ursprüngliche Vinyl- oder Schallplattensignal, was wir ja völlig unverfälscht eigentlich haben wollen, verändert, ist der Sache nicht dienlich und führt bei japanischen Ingenieuren sehr schnell dazu, dass die sagen, sollen wir das überhaupt machen. Hier hat man jetzt gemacht, weil wir eine Teilelektronik entwickelt haben und somit auf einen Großteil der Mechanik verzichten konnten. Autolifter heißt eigentlich nichts anderes, als wenn der Tonarm sich Richtung Auslaufrille bewegt, dann einen Moment in dieser verharrt, eine Information entwickelt, beziehungsweise der Arm aufgrund seiner Position eine Information entwickelt, die da heißt, Arm abheben. Die mechanische Verbindung zwischen Schallplatte und zwischen Tonabnehmer wird unterbrochen. Und so ist eigentlich jegliche Schadensentwicklung oder jegliche Beeinträchtigung, die den Tonabnehmer oder die gegebenenfalls auch die Platte beeinflussen könnte, ist somit ausgeschlossen. Nehmen wir mal den Lieblingsfall, ich höre abends noch Platte, liege auf dem Sofa und nicke einfach mal ein oder zwei Stunden ein. Dann ist hiermit sichergestellt, dass der Tonarm sich halt von der Platte abhebt. Auch diese Funktion ist grundsätzlich abschaltbar. Eine weitere kleine Besonderheit oder eigentlich große Besonderheit, ja, ich würde schon sagen große Besonderheit. Es ist ein wirklich ausgewachsener Plattenspieler, der vor allen Dingen über ein mechanisch sehr aufwendiges Gehäuse verfügt. Wir nennen das heutzutage eine Matrix, das heißt verschiedene Materialien verschmelzen zu einem Gehäuse, welches sowohl in der vertikalen Funktion hohe Flexibilität aufweist, als vor allen Dingen in der Horizontalen eine unheimliche Steifigkeit. Warum ist das wichtig? Nun, kein Produkt ist im Rahmen eines Hi-Fi-Systems den raumakustischen Einflüssen so ausgesetzt wie ein Plattenspieler. Und je mehr wir es schaffen, den Plattenteller, aber vor allen Dingen die sensible Einheit Tonarm, Tonabnehmer aus der Raumakustik herauszuarbeiten. Denken Sie nur mal über Trittschall, Körperschall, was nahezu das gleiche ist. Aber wir haben Raumresonanzen, die sich aufbauen. Wir haben Parkettfußboden, Holzfußböden, die teilweise dazu neigen, mitzuschwingen. Wir wohnen in der Mietwohnung, wo die Straßenbahn vorbeifährt, der große Lkw. All das führt dazu, dass wir unser Laufwerk, unseren Tonarm, unseren Tonabnehmer zusätzlichen, ja, ich sage mal Geräuschpegeln oder Raumresonanzen aussetzen, die das eben halt beeinflussen. Und das wollen wir versuchen tunlichst zu vermeiden. Also hat man hier ein Gehäuse, eine Zarge entwickelt, die ist aus ABS, hat nichts mit Antiblockiersystem zu tun, sondern es nennt sich Acryl-Nitrile-Butadiene-Stirene. Und jetzt brauchen Sie keine Angst haben, wir machen nicht jetzt auch zusätzlich noch eine Chemiestunde draus. Entscheiden für Sie ein Werkstoff, der es erlaubt, beziehungsweise der es ermöglicht, dass die raumakustischen Einflüsse bereits in dieser Preisklasse, der Plattenspieler liegt bei roundabout 1200 Euro, auf ein wirklich verträgliches Minimum reduziert wird. Und das nur, weil man halt möchte, dass Sie, liebe Vinylfreunde, Ihr liebe Vinylfreunde, in der Lage seid, ungetrübten Vinylgenuss natürlich immer in der Abhängigkeit zum Rest der Anlage. Denn auch hier muss klar gesagt werden, ein hochwertiger Plattenspieler benötigt natürlich auch die passende Peripherie, um so spielen zu können, wie letzten Endes Sie es zu Hause sich wünschen. Ja, ich denke mal, ich habe Ihnen zum SL1500 eine ganze Menge erzählt. Auch hier die große Bitte der Fachhandel, der Ihr Partner ist, der in der Lage ist, wenn Sie sagen, das ist mein Plattenspieler, so hätte ich ihn gerne. Sie sehen ihn übrigens hier mal in dieser wunderschönen Ausführung weiß, die erst seit, naja, circa vier, fünf Monaten zu erhalten ist. Auch hier haben wir auf den Wunsch von Kundenreflektier, die gesagt haben, wir hätten gern einen weißen Plattenspieler. Wenn Ihnen das Laufwerk gefallen sollte und Sie sagen, das höre ich mir auch gerne mal an, dann wie gesagt die Bitte der Fachhandel, der unmittelbar in Ihrer Nähe zu finden ist. Suchen Sie den auf, stellen Sie Ihre Fragen, die werden Ihnen mit Sicherheit auch beantwortet. Noch besser ist, Sie setzen sich hin, hören Ihnen sich mal in aller Ruhe an und können dann für sich eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich sage für Ihre Aufmerksamkeit ganz, ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitag und wir sehen uns dann morgen nochmal. Herzlichen Dank, Ihr Rainer Pohl. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.